Langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 1 ist nochmal mit derselben Schlag. Jetzt habe ich direkt den Übergang zum Spiel. Ich gehe jetzt den Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 1 ist nochmal derselbe Schlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 1 ist nochmal mit derselbe Schlag. Jetzt sind wir beide im Fixer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 1. Jetzt haben wir beide den Wechsel gemacht. Das kann passieren, dann werden wir beide im Spiegel. Wenn wir es schaffen, dann das Muster weiter zu schlagen. Okay, jetzt machen wir es einmal so. Ich halte den Six-Count. Du verdoppelst von Schlag 6 auf Schlag 1. Wechselst in der Mirror. Versuchst dann in der Mirror von Schlag 6 auf Schlag 1, das Doppeln wieder raus zu kommen. Und jetzt haben wir die nächste Übungsaufgabe. Weil, du musst erstmal reinschauen. Du hältst nochmal. 1, 2, 3, 4, 6, 1. Mach es gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.